willkommen jetzt neun part von daxos muss ich wieder den ganzen weg glaube ich jetzt zurück rennen ja muss ich natürlich wir haben den kreis brust immer kurz wieder genehmigt und direkt geht es wieder weiter aber ich möchte gerne heute den part beenden also sprich nicht nur ein paar band soll gerne das projekt auch deswegen wird heute ein ganz langer tag noch für mich werden zum thema aufnehmen da ich dann später dann für mich selber dann wieder ein bisschen daxos auch selber zu spielen kann und auch andere projekte mal mehr mann aufmerksam schenken kann erst mal komme ich mich mal um ist pyramidie ziege die kriegt jetzt noch mal von mir eine abreibung die sich gewaschen hat auf kann sich schon mal einlassen die hat mich ja ganz schön überrascht wusste gar keine stand aber naja unwissen hat es eine tugend ne so nix da ja 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 komm her na 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 so nicht mein freund guttach holst die wand an wo war die ziege liegt jetzt erstmal von mir gehört auch die mütze ja du hast zu spät reagiert dein kumpel scow du auch alter nur dieses hinten anschleichen ja sag du bist steini boy du machst nichts oder du machst nichts du bist sauber ernsthaft denn tentaklos octopus ist auch noch da der der alles sehen kann ja alles ein überblick ja komm mal her komm her nee ich weiß genau was du vorst was ich ganz bestimmt nicht mit mir machen ja du mich verfluchst da war ein kritischer schaden aus menschlichkeit ja koppel wenn das so weitergeht dann wird meine menschlichkeit gleich hier im bach untergehen weil ich vor wut jahres und kurz und klein schlagen werde was auch blocken ja oben steht da auch der war hat dabei ist da doof alter was dafür einen schaden in mir macht also auf jeden fall püro mit püro püro marti schmeißt da aussieht warte da macht ja diese wow was zum geier ja trink mal kurz die ja ja jetzt nicht mit mir nein diese red beschleuniger okay pass auf boss 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 was ich habe noch ein flask vor die lügner sehr witzig das ist ein lügner du altes misst wie und meinte das hier lügner naja chaos feuer peitsche naja ich glaube da war diese technik wird der oder die da in der komischen kutte da angewendet hat da ok gehen wir mal weiter pass auf boss ja boss sind wir her scheiße jetzt weiß ich nicht was da versuch es mit rollen vor die gefahrenzone pfeift der hund drauf dann verrecke ich hier mir auch egal das ist meine flask jetzt jetzt den glückwunsch d okay công abgrund wow 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 yeah man ag Bilder dragging dom alvet mo wo Ja genau, jetzt zeigst du mir noch den Bauaufenthalt. Ich weiß noch nicht, ich glaub mal die Blasen haben da vermutlich eine eventuelle Wirkung. Ich musste hier rein. Auf den Zweig drauf. War schon mal ein richtiger Weg. Dann denk ich mal zur nächsten Kugel jetzt. Ist ja vielleicht der Baum gewesen, von dem ich die Wurzeln da so erklommen hab, wo ich... Was ist so ein Geier? What the hell is that? Was ist der Geist? Genau. Genau. Hetzt mir noch... Lass mich doch mal hier raus aus den Zweigen hier. Ja genau. Ist ja nicht so, dass ich schon... Ja... Übertreibt's! Ah genau, als ob ich schon Probleme genug hab hier. Ach... 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 Ja... Ja genau, lass mich nicht ausstehen. Genau. Ach... Ach... Ich hasse solche Gegner. Die eigentlich nicht ausstehen lassen. Was ist denn... Aber hey... Habe ich schon mal wehnt, dass ich jetzt wieder... Flast wieder habe? Wieso... Warum hab ich ihn denn so wenig gerade... Ach... Ja, weil ich ja... Ja ist... Ähm... Audio Schalter... Hä? Audio Schalter... Wo? Ich bin ja da lang gelaufen... Was ist denn hier? Wie vor dir Schalter? Wo ist denn hier ein Schalter? Du wirst... Du hast ein Schaltproblem, denke ich mal. So auf Hinterhalt, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, einfach so an die vorbeizulaufen. Aber ich fahre einfach zu dem Boss jetzt hin. Hoffentlich ist der jetzt da oben kaputt, da der eine Pyromatiker. Habe ich... Ich habe jetzt nicht so eine große Lust, mal gegen ihn anzutreten. Und der ist ja ein richtiger Nerv-Bolzen. Okay, es... Er bleibt weg. Also ein Boss, der auch tot bleibt. Unmöglich? Nicht, dass ich jetzt hier... Wie habe ich jetzt hier auf einmal so doof hier, da ich nochmal hier angegriffen werde. Oh. Komm, du. Zweigbroto. Oh, ihr Takt. Wee. Oh, yeah. I've got the moves. Oh, der hat die Kuh... Okay. Die Kugel bleibt kaputt. Das ist interessant. Ja, 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 ja. Uhhhh. Ja, 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 ja. Ich lach mir in Ast. Ja, du bist doch so ein Mistvieh. Ah, genau, schmeiß mich doch da wieder runter, du... Oh, ich hasse dich, die Gegner, wieder. Dritter Anlauf. Ein Schnitt kurz. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Jetzt geht's zum nächsten Anlauf. Ich hoffe, mir zu sagen, das ist eine Gefahrenzone, lass mich einfach hier rein. So, jetzt lass mich hier Martin McFly machen, jetzt zurück in die Zukunft, hier. Yeah, kein Ast getroffen. Komm, die kannst du auch nicht mehr, komm, die sind schon kaputt. Du ekelhaftes, dreckiges Stück Astdreck. Ja, komm, wie viele Angriffe macht der denn hintereinander hier, bitteschön. Lass mich doch mal da hin. Alter, du gehst mir so auf und nüsstern, ne? Lass mich mal gucken, ja. Jetzt mal schauen. Da reift die Hand an. So, ich lass, dass man den einen zuschlagen. Eins, zwei, jetzt kommt die Hand, gleich nochmal und jetzt... Obala! Oh, das ist doch jetzt... Nicht euer Ernst! Das ist nicht euer Ernst, dass ihr mir jetzt genau jetzt die Füße... Gleich nochmal, die gleiche Aktion. Boah, dieser Baum ist da zum Kotzen, ey! Was ist das für ein Boss? Auf jeden Fall, der Kampf hier... Zwischen Mann und Baum hier... Ne! Musst du ja auch noch Super Mario spielen, ja noch in diesem Spiel. Boah. Jetzt gehen wir mal außen rum. Ja, genau! Du bist doch ein... Eckhafter Drecksack! Ist ja nicht so, ich grad mal hier lang wollte. Boah, ey! Der Gegner ist ja ein richtiger Dreckskerl. Aber jetzt muss ich jetzt mal warten hier wieder. Schön, wir müssen uns direkt zu dem da hin. Warte, jetzt mal warten. bis der zuschlägt hier. Ja, er kann mich hinter einem Baum treffen! Komm! Erzähl keine Geschichten hier! Jetzt greift er auch zweimal an, neuerdings. Du bist ein behindertes Drecks-Biss-Drecks-Baum von einem ekelhaften Deichmann-Versand-Kosten-Laden. Ah! Ich krieg der Drecks-Baum nicht auf! So! Du stinkender Drecks-Kerl! Pass auf, ja! Pass mich einfach durch, Mann! Mein Gott, schon wieder! Jetzt ist meine Geduld endgültig am Ende hier! Du verdammtes wandelndes Stück Streichholz! So, du meinst du mir so zu spielen? Ich kann auch mal anders jetzt! Von wegen hier! Du! Von dir lasse ich mich jetzt nicht hier! Pass mal auf, mein lieber Freund! Wenn du meinst, mich hier so zu ärgern mit deinen wandelnden Zweige, dann kann ich auch mal ganz anders sein! So, hier könnte er mich, glaube ich, nicht treffen, oder? Kann er mich von hier treffen? Nein, dafür ist er zu doof! Wenn du meinst, mit mir so zu spielen, kann ich das auch anders machen! Ah, verdammt! Ich treffe mich jetzt hier nicht! Ah, verdammt! Pass mal auf, wenn du wackelst, ich ziele gerade! Moment, ich muss kurz mal gucken! Stell mal hier, ne? Hast du ja kein Problem damit, oder? Gut, können wir ja weiterarbeiten, ja! So, mein lieber Freund! Wenn du meinst, mit mir so zu spielen, spiele ich das Spielchen gerne mit! Ja! Warte, 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 warte! Ich bin gleich soweit! Das sag! Muss ich nur treffen, ich glaube, das da muss ich treffen, oder? Ähm, ein bisschen da! Ups! Ausdauer warten! Und... Ja, das ist nochmal ein Weg! Ich schieße mir gerade den Weg frei! Zack! Wattet hat nicht getroffen! Komm, jetzt hat sie mir nichts so und Quark! So! Ha! Was wolltest du jetzt machen? Wenn du meinst, mich nicht da hinzulassen, dann tu ich mir den Weg da hin bannen! Wenn dann auch gern mit Flugpost! Ja, genau, das geht ja noch eine zweite Hand, das ist ja nicht schon schlimm genug, dass das schon einer hat, mit der ich mir nerven kann! Ah, super! Ja, ist klar! Jetzt übertreibt der Kerl! Hast du den Red Cry 1 gespielt, oder was? Oder hast du mal woher hast du das geklaut? Ja, toll, der ist ein Glückwunsch, jetzt! Ah, verdammt! Ah, ich weiß, ich hab... Ich laufe lahmarschiger jetzt gerade! Jetzt muss ich irgendwie dahin zum Mitte kommen! Ja, komm! Jetzt ist das schon schlimm genug! Ah, super! Ah, super! Hm... Ja, genau! Mann, ich hasse so was! Ah, gut, gotta be... Was, ich bin tot?! Ich hab doch noch Full Life gehabt, du Ars! Aber gut, du bist nur, wo ich lang muss, jetzt, jetzt... Jetzt kannst du dich gleich schon mal auf deinen grünen Daumen, dir gleich einen absetzen! Warte, bis ich dich kriege, du... Gefallenes... Boah... Genau, spielen wir jetzt Backdraft hier, oder? Warte, bis ich dich kriege! Nein! Du hältst mich nicht auf! Du hältst mich nicht auf! Der Abgrund tut es! So, nächste Attacke! Ja, genau! Backdraft jetzt hier, oder was? Warum liegen jetzt meine Klamotten da? Ich dachte, ich wäre hinterm Baum gestorben! Mann, du bist gebohrt ein Baum! Ja, aber du kannst mich doch echt mal an den Nüsse lecken! Wie der mich weggeschobbt hat! Beim Drehen! Weil es so schön war, jetzt gleich noch mal! Genau! Rückenfeuer! Mir ist auch so kalt am Hintern! Du mächtigen Pissnelke! Alter! Du weißt was? Ah, mitten beim... Ja, schub mich doch weg da! Ich muss ja nicht unbedingt da hin! Jetzt kriege ich dich! Du kannst mich doch mal kreuzweise am Arsch schlecken langsam! So! Jetzt trinke ich noch, bevor der Megachchen wieder die Hölle heiß macht! Ich dich fick kriege! Ah, da drinnen bist du, ne? Ah, warte! Ich komm dir da rein! Du bist das, ne? Du bist der Lenker, hä? Komm her, du! Was willst du tun, hä? Du verdammter Stink, das Pissi! Das Pissi! Boah! Das hat ein Gegner jetzt aber! Warum bin ich jetzt nach oben geflogen? Oh, ich hab Dreck-Forschwolle entzündet dabei! Meine Güte! Was hat ein Drecksgegner jetzt mal! Boah! Ja, Dreck-Teleportieren, ey! Nixi, weg hier! Jetzt geh ich nochmal im Archiv des Herzogs nochmal! Boah! Drauf trinken jetzt einen hier! Prost! Mamma mia, ey! War das ein... Das war aber echt ein... Ekelhafter Gegner jetzt gewesen! Der hat mich sogar mal ne Bär schon verlieren lassen! Dark Souls meets Super Mario! Kann man das zu sich nur sagen! Und dann noch so nen unfairen Quark! Na, aber gibts hübscher! Immer noch nix großartiges, ne? Passiert mir auch, ob man mit dem hier oder so... Oder ob der auf ewig so... Oh! Oh! Oh!